Moin, euer Schneehafen-Neulings hier, heute mit Grießball. Wir brauchen einen halben Liter Milch, diese wird erhitzt und dabei geben wir 1 Esslöffel Zucker und 1 Teelöffel Salz. Das alles wird unter Röhren zum Köcheln gebracht. Nun verringern wir die Hitze und geben ganz langsam grießend zu. Für einen halben Liter brauchen wir ungefähr 50 Gramm und das lassen wir dann köcheln. Und immer schön röhren, drei bis vier Minuten lang. Sobald unser Grießball zäh wird, nehmen wir ihn runter und lassen ihn kurz abkühlen. Und schon kann es auf unserem Teller, jetzt noch eine kleine feine Abstimmung, dafür brauchen wir eine Konjunktüre. Es ist angerichtet. Fröhlichen Valentinstag, ich lege ein.